ich glaube da hinten wird es schöner weil da hinten ist nämlich blaues Meer aber ich will nicht nur an so einem abgefuckten Stranter sein, sondern ich will schon ein schönes Paradies schon haben hier Ah das Schiff, sehr schön oder Zuckerrohr oder wie man es nennen möchte ich nenn es lieber Schilf weil Schilf ist eigentlich also ich hab gar nichts mehr dann tun wir mal die Sahnen weg weil Schilf aus Schilf macht man ja eher irgendwie Papier ne statt aus Zuckerrohr glaube ich so Na Hundi Möchtest du mit mir kommen? Hallo Komm mit Folge mir Ja Ich hab jetzt kein Knochen dabei das wäre witzig wenn es gehen würde so ein Knochen hinhalten und dann rennen da die Hunde hinterher so es wird schon wieder es wird schon ein bisschen schöner ich geh jetzt nochmal hoch äh naja so ein klein vorzusteckter soll ja auch nix anfangen so okay mit den Hunden lege ich mich nicht nochmal an mit den habe ich mich schon mal angelegt Na du echt ein feines Doggy feiner Doggy so schade folgt nicht naja also also ich finde mit den ganzen Updates hier ist schon einiges cooles Zeug rausgekommen aber naja vielleicht auch ein bisschen zu viel jedem seine Sache so wie lange nehme ich denn jetzt insgesamt schon auf ey schon wieder eine halbe Stunde ist ja unglaublich da habe ich schon wieder einige Parts zusammen aber ich finde hier einfach keinen äh muss mir eben weiterlaufen das ist dann not my problem ich stelle mal meine Sichtweite ein bisschen höher ähm das könnte ein bisschen lenken aber mein dann sehe ich vielleicht ein bisschen mehr dann sehe ich vielleicht ein bisschen mehr ich will nämlich endlich ein neues Biom haben meine Fresse das gibt es doch nicht warum das witzige ist ja es steht ja eigentlich dran man sollte sichtweite weit eigentlich nur mit Java 64 Bit machen aber ich habe ja nur 32 Bit funkt aber trotzdem einigermaßen ey was ein Scheiß man wie weit ich jetzt schon wieder von zu Hause weg bin und irgendwie verbrauche ich kein Essen in welchem Game hab ich denn drin wartet mal ich geh so hab ich hier gar gar nicht die Rechte dazu aber ich müsste doch eigentlich schon im nein wartet mal nein nein ich bin schon im Ding drin ich bin schon im Survival drin sonst könnte ich keine Sachen abbauen wenn ich im wenn ich im Adventure Mod drin wäre dann könnte ich keine Sachen abbauen genau außerdem würde ich da glaube ich auch keine Erfahrung bekommen glaube ich so ach kommts jetzt bitte 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 ich brauche Sonne Sonne Strand und Zärtlichkeit mehr will ich doch gar nicht raus aus der Kälte so ja hier haben wir jetzt schön Weide kein Wald da haben wir einen Wald ah ich glaube ich kann noch nicht die Welt aufbauen lassen hm komisch auf jeden Fall siehst du hier schon mal ein bisschen das ist schon wieder Eis da habe ich keinen Bock drauf so ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung hier jetzt wird es ein bisschen bergiger gefällt mir also ein bisschen hügeliger sag ich jetzt mal das sind doch keine Berge ähm ja was gibt es denn hier so zu sehen außer kühn hat gerade schön geleckt Kuhsfleisch ist immer noch das beste Fleisch weil das toll jetzt kann ich das Leder nicht aufnehmen ey zum Kotz sein so was kann ich denn wegwerfen ich glaube die Hacke darf ich mal wegwerfen so gehe auf das Fleisch da scheiße ich jetzt drauf außer ich habe noch irgendeinen Krampf was ich wegwerfen kann ach so Kuh gib mir dein Leder dumme Co dumme Co dumme Co ah da ist schon wieder Schilfrohr oh hier sieht das schon mal schöner aus oder ganz ehrlich hier sieht es doch viel schöner aus als irgendwo in der Schneepamper zu hocken vor allem bei der Jahreszeit gerade habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock auf Schnee dann brauche ich ein bisschen sonniger Frischung aber hier schon wieder Wind äh also Wüste das ist jetzt auch nicht so mein Fall und ich möchte gern auch mein mein Haus nicht so irgendwo in die Pampa reinsetzen wenn da gar nichts ist da setze ich lieber irgendwo auf einen schönen Berg drauf oder anderen Berg hin wo ich halt ein bisschen Aussicht habe oder so es wird scheiße dunkel nein verdammt jetzt muss ich aber schnell noch irgendwas finden das ist unglaublich dass mein Essen nicht weg geht hä das sieht ja mal voll nice aus irgendwie Autsch da kriege ich keinen Fallschaden wartet jetzt mal ich bin doch grad ziemlich weit gefallen da kriege ich da keinen Fallschaden meine Fresse äh ich spring jetzt mal hier Just for fun runter ich habe doch kriege ich schon ok wollte ich nur testen so jetzt muss ich hab hier irgendwie auch wieder hoch also hier auf der anderen Seite ok das hört sich dunkel und böser das sind meine ersten Freunde der Nacht ich hab ehrlich gesagt keinen Bock jetzt auf den Creeper hier vor allem weil ich meilen weil ich vom Spawn weg bin das wäre jetzt richtig scheiße hier so im Creeper rein zu laufen was habe ich denn hab ich noch auf Friedlich oder hab ich noch auf Friedlich muss ich doch mal umstellen hier das ist ja Cheaten hier das ist ja Cheaten hier ah da sieht schon wieder ein bisschen bergiger aus und was sich ja geändert äh keine Ahnung ich weiß nicht ob es nur bei dem Texture Back ist aber da haben die Creeper irgendwie unterschiedliche Farben das ist ganz nice schon da steht ein blauer Creeper und dann ein grüner Creeper hau ab hau ab Creeper ja komm explodier komm gib mir wenigstens Schießpulver schade alter ich leg mich hier grad noch zwei Creepern an ah jetzt sind sie beide explodiert oh der lebt noch wow ok naja oh ein Enderman ein Enderman ein Enderman und ein Skelett nein oh oh jetzt muss ich mal aufpassen ich hab keinen Bock jetzt hier von dem Enderman bis hin in die Mangel genommen zu werden und auf dem Skelett hab ich jetzt ehrlich gesagt auch grad überhaupt keinen Bock auf dem Weg auf dem Weg auf dem Weg auf dem Weg